die dhv news vom 16 april 2021 never ending story cbd blüten urteil ehepaar muss für medizinischen anbau 10.925 euro zahlen herzlich willkommen bei den dhv news ich bin heute wieder herrlich negativ getestet und fühle mich super frei wir beide hier wir schützen uns gegenseitig und ja habt ihr auch andauernd stäbchen in der nase im moment schon ein bisschen komisch aber irgendwie auch ganz nett so negativ zu sein mal ein tag gut eigentlich habe ich gar keine zeit für so ein geplänkel ich habe nämlich gleich nach dem nach der aufnahme hier wieder ein gespräch online diesmal mit den grünen in hamburg und das passiert im moment ziemlich häufig ich werde mir jetzt mal angewöhnt diese termine auch immer frühzeitig in unsere online terminliste einzutragen damit ich die hier auch ankündigen kann am ende der sendung falls mich jemand bei meinem zug missionszug durch die verschiedenen parteien begleiten will sozusagen damit ihr es auch mitkriegt ihr könnt natürlich immer nachher auch die aufzeichnung sehen aber ein paar live zuschauer die fragen stellen und so sind natürlich auch immer nett letzte woche war es genauso habe ich auch nach der sendung noch einen termin gehabt und zwar war ich da zu gast bei marlen block die drogenpolitische sprecherin der linken im landtag in brandenburg und das habe ich euch verlinkt da gibt es zwei versionen auf dem kanal da ich habe die kürzere genommen wo am anfang so ein paar lehrminuten ohne ton weggeschnitten worden sind ansonsten verpasst ihr da nichts ist die version mit weniger views von daher nicht wundern also wer das heute noch anschauen will ihr findet das in der video beschreibung genau wie meinen zweiten video tipp nämlich auf unserem eigenen kanal ein experten interview zu chemie gras also cannabis das mit synthetischen cannabinoiden verstreckt ist versetzt wurde und da war zu gast bei mir kasten tögellinz vom portal legal high inhaltsstoffe de von denen haben wir schon öfter berichtet hier diesmal auch mit den kollegen live online gesprochen und professor dr volker auwerter toxikologe an der uni freiburg interessantes gespräch mit vielen details zum thema chemie gras und abonnenten die die glocke aktiviert haben beim hanfverband haben natürlich das video auch schon längst gesehen aber alle anderen finden den link in der video beschreibung so jetzt habe ich wenige kurze knackige themen das eine geht mal wieder um cbd blüten immer das gleiche eigentlich aber es geht halt immer weiter ich habe hier berichtet vom urteil zum hanfbar prozess also der erste prozess zum cbd blüten der jetzt eben bis zum bgh gekommen ist und diese dieses urteil wurde ja sehr unterschiedlich interpretiert manche aus der cannabis wirtschaft haben das quasi als legalisierung von cbd blüten gefeiert und einige dieser firmen stellen jetzt einen antrag einen antrag ich jetzt mal antrag auf den erlass einer allgemeinverfügung beim bundesinstitut für verbraucherschutz und lebensmittelsicherheit bvl das bvl soll bestätigen dass cbd blüten verkehrsfähig sind da läuft jetzt also offizielles verfahren das war jetzt ein zitat aus einer pressmitteilung von hanffarmen es gibt noch andere firmen die solch einen antrag stellen die also wirklich glauben ist jetzt egal man braucht jetzt nur irgendwie noch mal ein klares statement vom bvl aber polizei und staatsanwaltschaften interpretieren das urteil offensichtlich ganz anders und seit diesem urteil sind also wieder etliche razzien in shops gewesen die solche nutzhanf cbd blüten verkaufen zuletzt in aachen die nachricht dass da wieder ein shop gebastelt worden ist und jene mehr bargeld und cbd marihuana sichergestellt worden ist und gleichzeitig eröffnen weitere shops in deutschen städten die an solche hanfprodukte inklusive cbd blüten verkaufen ist also als hätte es dieses urteil vom bgh nie gegeben ist genau das gleiche spiel wie vorher hat sich bis jetzt nichts geändert durch dieses urteil alle drei minuten wird in deutschland ein strafverfahren gegen cannabis konsumenten eingeleitet das sind laut polizeilicher kriminalstatistik über 186.000 pro jahr du findest das auch sinnlos und willst das verbot endlich beenden wir kämpfen dafür und brauchen dich hilf jetzt mit deiner spende oder mitgliedschaft und macht mit uns legalisierung möglich für nur fünf euro pro monat schluss mit krimi cannabis normal einfach online anmelden unter www.handverband.de unterstützen link in der infobox das amtsgericht dachau hat ein ehepaar zu über 10.000 euro geldstrafe verurteilt weil es cannabis für die schwerkranke ehefrau selbst angebaut hat die frau leidet unter starken schmerzen unter anderem wegen einer schweren autoimmunerkrankung und sie verträgt keine medikamente also keine schulmedikamente die üblichen chemikalien sozusagen und auf dem üblichen weg auf dem legalen weg konnten die kein cannabis als medizin bekommen es gab wohl die üblichen probleme wie wir das hier schon so viel kennen dass die ärzte da eben nicht verschreiben wollen die krankenkassen nicht bezahlen und so weiter haben die sich eben gezwungen gesehen selbst anzubauen und dann wurde eben dann auch bei hausdurchsuchungen letztendlich 300 gramm cannabis gefunden und das eben eine nicht geringe menge wo im gesetz schon mindeststrafen eigentlich vorgesehen sind aber auch der das gericht hat festgestellt ja es sind jetzt keine typischen drogenkonsumenten der medizinische gebrauch ist unstrittig im prinzip und deswegen wurde eine milde strafe verhängt ohne gefängnisstrafe auf bewährung nur eine geldstrafe laut merkur insgesamt 10.925 euro vielleicht doch gar nicht so mild das wäre dem ehepaar in großbritannien jedenfalls nicht passiert da gibt es eine cannabis karte für patienten mit diversen schweren erkrankungen bei denen cannabis hilft und sie soll die patienten vor strafverfolgung schützen und das scheint auch zu funktionieren da sind also leute befragt worden die polizeikontakt hatten und so eine cannabis karte haben als schwer kranke patienten und siehe da 96 prozent der karteninhaber durften bei polizeikontrollen das cannabis behalten und einfach ihre wege weiter ziehen und es war überhaupt kein problem auch dann wenn das cannabis nicht offiziell aus der apotheke kam oder irgendwie verschrieben worden ist es hat ausgereicht dass die im prinzip diese erkrankung haben wo cannabis hilft und dann sind die einfach in ruhe gelassen worden tolle geschichte das auch sehr nah einer forderung die zum beispiel die arbeitsgemeinschaft cannabis als medizin mal erhoben hat dass man gesagt hat okay wer patient ist und cannabis deswegen benutzt der sollte einfach vollkommen straffrei ausgehen so sieht es offenbar nach dieser meldung in england aus schöne geschichte und damit bin ich schon bei den terminen einer davon wird verschoben weil ich mein wichtigster termin in der nächsten woche den wollte ich gerade schon eintragen hatte den eingetragen auf unserer seite wie ich mir vorgenommen habe meine eigenen termine ein bisschen mehr zu stalken hier das war der die sachverständigen anhörung im bundestag über einen antrag der linken zur entkriminalisierung von drogenkonsumenten das wurde wegen terminüberschneidungen verschoben habe ich gerade vorher vor der sendung die nachricht bekommen leider nicht nächste woche die anhörung im bundestag neuer termin ist noch nicht klar und dann haben wir die treffen von unseren ortsgruppen in karlsruhe am 17 april münchen naja jetzt kommt eine podiumsdiskussion online podiumsdiskussion cannabis ist kein brokkoli dann unter beteiligung unserer ortsgruppe ich glaube es war noch ein linker ortsverband dabei auf jeden fall dienstag 20 april 21 quasi eine bayerische online diskussion wobei online kann mir mal gar nicht sagen wo ist die eigentlich im internet halt die diskussion naja guckt euch an cannabis ist kein brokkoli heißt das ganze übrigens dann haben wir die treffen unserer ortsgruppen in oldenburg am 20 april und in münchen am 21 april und jetzt kommt nochmal so ein live talk also wie gesagt wird wirklich jetzt ständig angerufen und angefragt gerade diesmal habe ich dann ein instagram live talk mein erster insta live talk mit nicht dhv leuten mit arndglocke in dem fall mdl mitglied des landtags für die grünen in nrw das ist am mittwoch 21 april 19 uhr auf dem instagram kanal von arndglocke und dann wieder die ortsgruppen in koblenz treffen am 25 april rhein-neckar 27 april stammtisch und hamburg online klönschnack auch 27 april alle ortsgruppen treffen online überhaupt auch meine termine online als online ihr könnt euch da also rein hacken auch wenn ihr nicht in nrw oder bayern seid wenn ihr lust habt solche diskussionen euch reinzuziehen damit bin ich fertig für heute kurzes like da lassen für den kanal ein abo und die glocke aktivieren dann habt ihr nächstes mal auch ein experten video sofort im posteingang wenn ich wieder eins am start habe damit wünsche ich euch noch einen schönen tag einen geruhsamen abend und ziehe weiter zur nächsten online diskussion und bis zum nächsten Mal